Die Feuerreifen, vielleicht bist du soweit, der Sprung über die 5%-Hürde, ich zeig euch 3, 1, 2 und 5! Ja gut, jetzt klatscht, klatscht, weil sonst gibt es keine Steuerzahne, nein! Aber nur diese 10.000 Euro im Monat! Na ja, 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 hör auf! Das sind keine 5% mehr. Ihr habt 10% klatscht. Na, der Sprung, der ist platt. Na ja, aber schau, er steht auf, er richte die Steuerzahne, und er winnt, er winnt, er winnt den Volk so!